Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerung an seine Abenteuer jenseits der Zeit, ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los und fiel bis plötzlich